Darf ich vorstellen? Almut und der Hühnersommer. In diesem Buch geht es um Almut. Almut kommt eigentlich aus Berlin, aber in Berlin ist die Luft leider so schlecht und ihr kleiner Bruder Jonathan hat ganz große Probleme mit Luftkriegen und alles, was mit der Luft zu tun hat. Er hat viele Krankenhausaufenthalte bereits hinter sich und die einzige Konsequenz war, raus aus der Stadt, rein, rauf aufs Land. Und dort ist Almut jetzt. Sie sitzt dort fest in einem winzig kleinen Dorf. Die Sommerferien haben gerade angefangen und Jonathan geht es Gott sei Dank zusehends besser. Aber Almut muss sich an die Situation erst mal gewöhnen. Almut ist ein sehr unruhiges Mädchen. Sie möchte später mal Retterin werden oder bei der Feuerwehr arbeiten und sie tigert eigentlich den ganzen lieben langen Tag irgendwo herum. Und während sie die Sommerferien anfängt zu genießen oder hofft, sie genießen zu können, lernt sie den Nachbarn kennen. Dort lebt der Öi. Sie nennt ihn so, wie aus Heidi, den Almöi, weil er alt und grau ist und einen langen Bart hat. Und vor allem hat er dort Hühner. Und mit diesen Hühnern lernt Almut einen ganz besonderen Aspekt kennen. Nämlich Hühner sind sehr, sehr treue Tiere. Und Ingeborg, ein besonderes Huhn, was sie manchmal sogar vom Bus abholt, das ist ein noch besondereres Huhn. Almut hat sofort Zuneigung zu Ingeborg entwickelt. Und als dann mit einmal der Hahn anfängt, auf allen Hühnern herumzuhacken und sie permanent zu belästigen, findet Almut das überhaupt gar nicht mehr schön und spricht daraufhin den Öi zum ersten Mal an. Und der sagt also, naja, normalerweise ist das normal. Beobachtet es aber auch ganz genau und eines Tages ist der Hahn verschwunden. Und der Öi sagt dazu, ja, wer sich nicht zu benehmen weiß, der muss leider weg. So beginnt ein Abenteuer, ein Abenteuersommer für Almut und Jonathan und Almuts zwei neue Freunde, die sie noch zusätzlich im Dorf kennenlernt. Aber das müsst ihr selber lesen. Ich wünsche euch richtig viel Spaß damit. Vielen Dank.